Musik Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich, dass in ja wahre Schätze verborgen, heute an dem Zehnjährigen bestehen. Die Heidrun hat es in der Weise ein bisschen uns vorgestellt, wie das alles entstanden ist. Auch dir mal ein großes Dankeschön für die vielen Organisationen. Und da sind ja wahre Schätze verborgen, wenn wir zusammenkommen und immer wieder den Schatz finden wollen, voller Freude finden wollen, alles dahin geben, um diesen Schatz zu gewinnen. Immer wieder noch Ottersweir zu kommen, den Schatz Gottes zu finden, das ist das Entscheidende im Wort Gottes. Denn heute haben wir das Thema, die Heidrun hat es sich gewünscht, sie hat sofort gesagt, Mensch, was könnten wir machen? Zehn Jahre, das ist ein Akt der Freude. Jetzt, ja, was habe ich da für Vorträge? Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und die Heidrun hat gesagt, genau das, genau das, versteht ihr. Auch in der Fastenzeit darf Freude sein. Nächsten Sonntag geht es ja in Lettare hinein. Es ist immer wieder so, auch der Sonntag ist ja ausgenommen, deswegen sind wir auch in der Freude. Am Herrn, die ist unsere Kraft. Und wir wollen hineingehen und dankbar sein für diese zehn Jahre. Es sind jetzt schon zehn Jahre geworden. Manchmal habe ich auch gedacht, wo ist die Zeit hingekommen? Wo ist die Zeit hingekommen? So viele wunderbare Abende haben wir gehabt, jetzt auch Nachmittage. Wir müssen auch schauen, wie das dann weitergeht in der Sommerzeit. Wahrscheinlich ist es schon zu früh. Vielleicht wechseln wir dann, aber über den Winter ist es schon ganz gut, früher anzufangen. Das hat sich jetzt gut bewährt. Aber da müssen wir nochmal ein bisschen drüber reden. Und jetzt freuen wir uns, hineinzugehen in dieses Gleichnis vom Schatz, von der Perle und des Schatzes im Ackers. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Mit dem Himmelreich, also das steht in Matthäus 13, 44 bis 46. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker verkraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte den Acker. Das ist schon merkwürdig, meine Lieben, dass Gott so ein Gleichnis, dass Christus ein Gleichnis schenkt, wo er uns in die Freude hineinführt. Ein ganz, ein Gleichnis, das letztlich aus dem Alltag genommen wird. Vielleicht war es so, dass viele Kriege da waren und vielleicht, dass es nicht geraubt wurde, dieser Schatz, den wir hatten, hat man es im Acker vergraben, das war der sicherste Ort und dann sind die Leute vielleicht doch im Krieg umgekommen. Und der Schatz war verborgen im Acker und das verwendet Gott für dich. Das ist ein Bild für dich. Jeder Mensch trägt diesen Schatz in sich. Und zwar, dass du ihn findest und dieser Schatz ist alleine Gott. Wie wir gehört haben, nur alleine Gott genügt. Basta, sagt die heilige Theresia von Jesus. Von Avila. Gott allein genügt. Nur wie finden wir diesen Schatz? Viele sind unterwegs, pflügen letztlich so Tag um Tag die Furchen im Alltag. Und du weißt gar nicht, jeder Tag ist der gleiche. Du stehst auf der Wecker und dann schon wieder aufstehen und, und, und. Und dann geht es los mit dem Waschen im Badezimmer. Und dann riecht man schon den Kaffee so ein bisschen morgens. Das ist auch schon gut. Und dann geht wieder der Alltag, der Trott los. Das zeigt sich, dass der Bauer pflügt. Eine Furche nach dem anderen. Ganz monoton geht es im Alltag manchmal zu. Aber irgendwann stößt eben der Bauer genau an ein Metallenes. Was da im Acker verborgen ist. Ein Gegenstand. Und es macht Knack. Und die Pferde bleiben stehen. Es geht nicht mehr weiter. Und der Bauer muss natürlich genau hinschauen. Was ist da eigentlich im Acker verborgen? Ist das ein Stein? Den muss ich jetzt rausgraben. Weil das hat man so gemacht immer wieder, dass man diese Steine entfernt hat vom Feld. Dass es steinfrei ist. Am besten, dann geht es gut pflügen. Ist da was übrig geblieben? Nein. Er sieht einen metallenen Kasten. Und er macht auf und sieht. Da ist ja was drin. Da ist ein Schatz drin. Der ist verborgen. Er schaut um sich. Und denkt, hoffentlich hat mich niemand gesehen. Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Das weiß niemand außer mir und dem lieben Gott. Und er sieht, dass dein Schatz verborgen ist. Und das verwendet, meine Lieben, das wirklich einmal passiert ist, gerade, vielleicht es sich erzählt wurde, dort und Gott greift es auf. Weil er durchschaut alles. Er ist allwissend. Und greift genau das auf und macht ein Gleichnis daraus, wie ein Mensch, der etwas findet im Alltag, im monotonen Alltag des Lebens, in deinem Leben. Und dann, wo es einfach so triste manchmal zugeht. Und manchmal ist es auch nicht so einfach, im Alltag so voranzugehen, auch als Missionar. Aber dann, im rechten Moment, finden wir etwas. Ich weiß noch, wo ich wieder Gott gefunden habe. Das war genau so ein Anstoß mit dem Flug im monotonen Alltag meines Lebens immer und immer wieder. Geht es denn so weiter? Jetzt bin ich Briefträger und so weiter. Jetzt bin ich Beamter auf Lebenszeit. Geht es jetzt jeden Morgen gleich aufstehen, Briefe rumtragen, von einem Briefkasten zum anderen, mit einem Paket zum anderen und von einer Haustür zum anderen die Pakete. Ist das alles? So bin ich oft in der Kirche gewesen auch mal und habe mich gefragt, ist das alles, lieber Gott? Und dann, dann hat es Knick gemacht. Dann hat es Knall gemacht. Und ich habe diesen Schatz finden dürfen. Und Gott hat sich mir offenbart. Das ist jetzt vielleicht meine Geschichte, aber genauso ist es bei euch. Mitten im Alltag, mittendrin, berührt dich Gott und du findest diesen Schatz, den du noch nie vorher verspürt hast. Du hast eine Liebe gefunden, wie wir auch gesungen haben, eine Liebe, die von Gott kommt, die wir vielleicht noch nie erfahren haben. Aber da kam es irgendwann, vielleicht bist du mal in der Kirche gewesen oder ich weiß noch, wie es bei mir gegangen ist. Ich habe immer Gott gesucht bei den Menschen, ganz konkret bei denen, wo ich irgendwo unterwegs treffe, von einem Gesicht zum anderen Gesicht. Und dann habe ich erfahren, haben die Christen etwas? Haben sie es wirklich? Haben sie dieses Licht? Ich habe genau beobachtet. Sehr genau. Das war mein Anstoßen an dieser Kiste des Schatzes. Haben die Christen etwas? Da muss ich es finden. Ich weiß noch, es war wirklich so, dass ich unterscheiden konnte. Ich bin oft zu Reichen gekommen, versteht ihr? Und da gab es natürlich kein Trinkgeld, versteht ihr? Eher bei den ganz, ganz Armen gab es dieses Trinkgeld. Da habe ich eben den Schatz noch nicht gefunden gehabt, aber ich habe gesehen, hey, die Christen haben etwas. Da strahlt etwas, da ist etwas Helles in den Augen. Und dann dort so düster bei den Reichen, bei den Wohlhabenden, weil man kann ganz genau unterscheiden. Und dann habe ich gespürt, ich weiß noch genau, die Tür, sogar weiß ich noch, die Straße im Oberdorf. Im Oberdorf 45. Und dann hat es Glück gemacht. Da war ich mit einem Paket dagestanden und schaute wieder in ein Gesicht hinein und sah dieses Leuchten, das ich bei anderen nicht gesehen habe. Sie haben etwas. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, haben sie es oder haben sie es nicht. Leuchten sie oder leuchten sie nicht. Wenn es stimmt, was ich gelernt habe als Ministrant, dann müsst ja du in ihnen sein. Und dann darf ich das sehen. Das war sehr, sehr interessant, meine Lieben. Und ich habe es gesehen. Dieses Leuchten. Diesen Schatz. Also im Oberdorf 45. Und da bin ich weggefahren, mein Postfahrrad, bin ich weggefahren und habe gedacht, jetzt weiß ich, dass es dich gibt. Jetzt weiß ich, dass es dich gibt. Ich habe dich gefunden. Da bin ich angestoßen an diesen Schatz. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Vielleicht wissen es wenige, aber vielleicht habe ich es mal auch schon erzählt im YouTube-Kanal oder sonst irgendwo. Dieses Zeugnis. Und dann bin ich ziemlich konsequent gewesen. Also ich glaube, ich war in meinem Leben nicht so konsequent, aber dann war ich konsequent. Dann habe ich gesagt, wenn du in ihnen wohnst, dann stimmt das alles. Dass du dort im Tabernakel wohnst. Und dann bin ich ab dort, und zwar am Nachmittag, am gleichen Nachmittag, in der Kirche gesessen, nach meinem Briefträger-Dasein und nach meiner Arbeit als Briefträger, bin ich in die Kirche in den hintersten Bank, ganz besonders neben die Säule, als großer Sünder und gesagt, Lieber Gott, ich habe dich gefunden. Jetzt bin ich da. Und ich bin eine Stunde bei ihm sitzen geblieben. Und das war meine Flitterwochen. Ein Jahr lang. Unaufhörlich. Immer wieder hingegangen. Und er hat mich so in Liebe überschüttet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er hat geradezu gezogen, wie man so sagt, er hat mich über den Tisch gezogen mit seiner ganzen Liebe. Also so an sich gezogen. Ich habe ihn gespürt im Herzen. Ich habe seine Liebe verspürt, unseren Gott. Ich habe diesen Schatz gefunden. Da war es manchmal so, dass ich vielleicht nicht gegangen bin, war bis hinein zu faul oder es war viel Arbeit, da bin ich nicht gegangen und bin dann vielleicht drei Tage mal nicht gegangen. Wisst ihr, was dann war? Auf einmal spürte ich, ich habe nicht mehr den Blick. Es verwässert sich alles. Vorher habe ich es so klar gesehen. Ich war noch nicht beichtet. Stellt euch das mal vor. Ich war noch nicht beichtet. Der Blick wurde wieder verfinstert. Und es war so trübe. Vorher war es so schön klar. Indem ich jeden Tag gegangen bin und nur vor ihm gewesen sein, der hat sich wahrscheinlich gefreut. Jetzt ist er endlich da, der Kerl. Mal schauen, was wir mit dem machen. Wenn er schon da ist, der Kerl. So lange hat er sich nicht blicken lassen oder war irgendwo unterwegs und hat gesucht und angeklopft und hat genau beobachtet. Da war ja er auch dahinter, dass man beobachtet hat. Und diese Gottesfrage, gibt es ihn wirklich? Gibt es ihn wirklich, unseren Gott? Aber dort habe ich in diesen Flitterwochen, in diesem ganzen Jahr, habe ich meinen Gott kennengelernt. Das weiß ich noch. Da musste mir keiner mehr erzählen und einen Vortrag machen, ob es ihn vielleicht gibt oder nicht gibt. Und ich wusste und ich habe verspürt, dass es ihn gibt. Weil er hat sich selbst mir in dieser Zeit geoffenbart. Da bin ich natürlich wieder schnell, als es trüb wurde, wieder hingegangen. Und sofort wurde es wieder klar. Und er hat mir in dieser Zeit alle Sünden gezeigt, die ich in meinem Leben hatte. Immer mehr und immer mehr. Ich habe ihn ja natürlich schon um Vergebung gebeten. Wahrscheinlich hat er es mir so schon vergeben. Er hat die Reue schon im Herzen. Aber ich ging dann zum Beichten und da ging es wirklich richtig los. Und da habe ich meinen Schatz gefunden. Vielleicht hast du auch eine Geschichte, kannst sofort vorkommen und diese Geschichte erzählen, wo vielleicht in der Weise du ihn so erfahren hast. Da ging es los. Da habe ich diesen Schatz gefunden. Und versteht ihr, da bist du zurückgegangen zu den Leuten und hast gesagt, hey, ich habe da was gefunden und die, was? Dann habe ich sofort begonnen, als Briefträger zu sagen, grüß Gott, ach, jetzt fangst du mit dem noch an. Weißt du, wir haben dich ja schon gern. Aber jetzt fangst du mit dem noch an. Und ich habe einfach so, wie es in Bayern getan wird, konsequent gesagt, grüß Gott. Und sie sagen, ja, wenn ich ihn treffe, dann sage ich, dann grüße ich ihn. Und ich sage, wenn ich dich sehe, sofort habe ich begonnen, nach diesem Erlebnis, missionarisch zu sein, als Briefträger. Die Post war Nebensache, versteht ihr. Sofort habe ich mit den Leuten geredet, über diesen Schatz letztlich, den ich gefunden habe. Aber sie haben es nicht verstanden. Je, was habe ich da auf die Mütze bekommen, das sage ich dir, von den Leuten, wo sie gesagt haben, also bitte, weißt du, wir haben dich jetzt gern. Aber jetzt fangst du mit dem noch an. Aber ich habe eine Freude gehabt, innen drin. Eine Freude ab diesem Schatz. Es ist etwas, was man den Menschen dann gar nicht erzählen kann. Du redest an ihnen hin. Du sendest auf UKW und sie sind auf Mittelwelle. Kommt nicht zusammen. Du sprichst eine andere Sprache und es geht eben nicht. Das sollst du auch nicht. Habe ich am Anfang gar nicht verstanden. Und da habe ich gearbeitet bei Leuten. Ich sage, doch, den gibt es und so weiter. Und die haben mich beschimpft oder sonst irgendwas gemacht. Und ich habe gar nicht verstanden, was ist mit denen los? Ja, sie haben noch nicht dieses Erlebnis gehabt. Gott muss sich ihnen offenbaren. Und Gott weiß genau den Zeitpunkt, wann das geschieht. Das geschieht oft einmal bei den Jungen. Du gehst einfach in die Kirche, weil es Mama und Papa sagen. Aber hast du deinen persönlichen Gott schon mal erfahren in deinem Leben? Wenn du jugendlich bist, hast du mal so ein Erlebnis gehabt, wo er dich berührt, wo du seine Liebe verspürst. Wisst ihr, wie es da weitergegangen ist? Ich habe manchmal so stark die Liebe verspürt in seinem Herzen, dass mein Herz fast gesprungen ist. Ich habe gedacht, die Rippen bricht es mir. So eine große Liebe im Herzen gehabt. Habe es dann nachher gelesen. Beim Philipp Neri war es genauso. Dem hat es wirklich eine Rippe durchgebrochen. Weil er so ein großes Herz bekommen hat, weil Gott ihn so geliebt hat und wie eine Sonne der Eucharistie, wie eine Kugel der Liebe in sein Herz hineingeschossen ist und es gebrannt hat und er hat es nicht mehr wegbekommen. Und die Rippe hat es zerbrochen, als man, das hat man dann festgestellt, dass die Rippe gebrochen war. Seht ihr, so findet man die Liebe. Und das ist ganz wichtig für euch Jungen. Auf den Moment kommt es an. Da kannst du an die Leute runterreden. Da kannst du mit den Jugendlichen, hey, mach mal. Und die Eltern können noch sagen, hey, du musst, du darfst nicht, du sollst nicht. Ich sage, Mama, was ist das für ein Glauben? Wer muss ich nur? Ja, wenn sie Christus noch nicht persönlich verspürt haben im Kreuz, wie kann die Freude da sein? Das ist der wichtigste Moment, diese Freude zu erfahren. Und das darf jeder individuell, jeder individuell, auch wenn du alt bist und älter bist, hast du mal diesen Moment gehabt. Das habe ich auch schon mal erzählt bei euch, bei Exerzitien. Und dann hat ein älterer Mann mit 80 Jahren, kommt beim letzten Vortrag vor und sagt zu mir, wissen Sie, wissen Sie, Ihre Vorträge geben mir nichts. Und nichtmals Heilungsgebet und die Heiligen Messe, es ist alles an mir vorbeigegangen. Aber jetzt, aber jetzt, jetzt bin ich berührt worden beim letzten Vortrag. Dann hängt er so über dem Tisch und weint wie ein kleines Kind hinten drin, waren 70 Leute, dem war das so schnurzegal, der hat einfach nur, weil er jetzt zum ersten Mal, stellt euch mal vor, ihr Jungen, der hat so lange gewartet, bis er 80 Jahre alt war, um Jesus mal zu verspüren im Herzen. Der ist vielleicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen, hat das nie erlebt. Und dann ist er vor mir und ist voll außer sich. Jetzt verspüre ich ihn. Jetzt weiß ich, dass es ihn gibt. Und vor Freude hat er vor mir geweint. Das ist der Moment, versteht ihr? Da kannst du an die Leute runterreden, sie sind im Materialismus drin, sie sind im Hedonismus drin, sie sind lustorientiert und wir sind begeistert von Jesus. Und die sagen, hey, was sind das für Leute? Sind die total neben der Mütze? Irgendwie abgehoben? Ich glaube, die haben es nicht mehr ganz auf der Spur. Die verstehen das nicht. Du kannst nur das verstehen, wenn du selbst einmal berührt bist von deinem Gott. Wenn du das verspürt hast, vielleicht dir die Tränen gekommen sind, so eine große Liebe in dich hineingegangen ist und du diesen Schatz gefunden hast, der dir nie mehr jemand nehmen kann. Du hast die Liebe unseres Gottes, also die Liebe allein genügt. Gott allein genügt. Du hast ihn gefunden. Wisst ihr, das ist eine Freude. Eine Freude, die nie mehr weggeht. Wenn ich da vorne stehe oder wenn ihr genauso redet und begeistert über Jesus, da weiß ich, ihr habt diesen Moment gehabt und ihr redet keinen Stuss daher, sondern ihr redet wirklich über das, was ihr erlebt habt. und ihr glaubt daran. Ihr habt den Schatz gefunden. Wisst ihr, und das will ich jedem gönnen, dass er das mal erfährt. Diese materielle Gesellschaft, die abgetrifftet ist in ein diesseitliches Leben, nur ein Haschen nach dem anderen, dass ihr ihn mal findet, weil das vergeht alles, was in der Welt ist. Aber diesen Schatz, das ist das Entscheidende. Im Ackerboden deines Herzens, im Ackerboden deines ganzen Seins, wo du täglich pflügst, immer wieder und immer wieder, bis du ihn findest, bis du dieses Erlebnis hast. Und dann beginnt eine ganze neue Dimension. Und jetzt ist die Freude und dann verkaufst du alles. Du gibst alles dran. Da war ich auch am Tisch gesessen, habe alle Lebensversicherungen abgemacht, meinen Bauplatz verkauft, alles verkauft, ins Kloster gegangen. Die anderen haben gesagt, jetzt ist er total durchgedreht. Mein Arbeitskollege sagt dann noch, die landen alle in der Klapsmühle. Wirklich so. Aber sie haben diesen Schatz noch nicht gefunden. Wenn du ihn findest, dann verkaufst du alles. Voller Freude verkaufst du alles. Weil du hast Gott gefunden. Das ist die Freude. Das soll jetzt wieder geschehen in der Fastenzeit. Deswegen ist es das Thema, auch in der Fastenzeit, dass wir in diese Freude kommen und alles weglassen und wieder Gott die Möglichkeit geben, nicht vom Fernsehen, versteht ihr, nicht vom Internet, nicht vom Handy, sondern, dass du ihm die Chance gibst, dass er dich berührt. Wisst ihr, was für mich das Schönste ist? Nicht, dass ich da predige, nicht, dass ich Einsätze habe im ganzen Jahr hindurch. Nein, wenn ich heinkomme und wieder in die Kapelle gehe, und wenn diese Liebe wieder über mich kommt, wie am Anfang, dann ist meine Seele wie ein kleines Kind. Ruhig. Und ich weiß, mein Gott liebt mich und das genügt. da ist mir alles nicht mehr wichtig. Kein Erfolg. Nichts. Keine Stahrallüren. Nichts. Nicht der Beste zu sein. Nichts. Nur eines. Geliebt zu werden von Gott. Unsere Seele ist unruhig, bis sie ruht in dir, in dieser Liebe, in diesem Schatz. Oder wie es in Psalm heißt, meine Seele schmiegt sich an dich. Meine rechte Hand umfängt dich. Das ist für mich das Wichtigste. Und meine Seele, obwohl ich jetzt dann am Dienstag jetzt 57 Jahre alt werde, ich suche immer noch danach, immer nach dieser ersten Liebe, die ich erfahren habe in diesen Flitterwochen, in diesem Jahr, wo ich als Briefträger unterwegs war, jeden Nachmittag, nach der Arbeit, eine Stunde oder eineinhalb Stunden, ich habe auch geschlafen, daher gibt es den Seinen im Schlaf, das ist kein Problem. Wenn du müde warst von der Arbeit, kein Problem. Aber du bist aufgewacht und wie ein wunderbares, schönes Friedensgefühl hier drinnen. Ich weiß, dass es dich gibt und ich weiß, du liebst mich. Jetzt weiß ich, wo ich herkomme, von dir. Ich bin nicht eine Laune der Natur irgendwo, sondern von dir bin ich. Ich habe dich gefunden, meinen Ursprung. Wisst ihr, das ist die Freude. Das ist die Freude, die mich bewegt und ich suche immer diese erste Liebe. Genauso, die Ehegatten sollten so machen, die erste Liebe so suchen, wo sie miteinander zusammen waren und wieder hingehen an die Orte, wo sie sich so geliebt haben, wenn es nicht mehr so funktioniert. Genauso sucht meine Seele den Geliebten, den Bräutigam, den Heiland. Meine Seele ist wie eine Braut, sie sucht den Geliebten. Und wenn er sich wieder mir offenbart, wenn er sich versteckt, furchtbar ist das, oder? Ist das nicht furchtbar in der Ehe, wenn der Andere dich krumm anschaut, wenn er so Augen hat, die nicht mehr voll der Liebe sind? Hoho! Das erträgt man nicht lange. Stimmt's? Siehst du, so erträgst du das auch nicht lange, wenn mein Gott, mein Gott, mein Jesus sich versteckt von meiner Seele. Oh, dann frage ich mich sogar, Jesus, habe ich was gemacht? Habe ich dich verärgert? Jetzt muss ich dich so suchen. Ich muss dich so suchen. Ich will dich finden. Meine Seele ist unruhig, wenn sie das nicht erfährt. Wisst ihr, das ist das Schönste. Ich erzähle es ganz tief von mir auch, versteht ihr? Wirklich ganz tief aus meiner Seele. Es ist heute noch so, gerade nach den Einsätzen, ich habe gestern in der Schweiz, sind 90 Personen gewesen und mit dem Pater Leonhardt und heute wieder, immer nachher, oh Herr, jetzt ist mein Herz müde. Ich will deine Liebe, das genügt. Ich will die Freude an dir. Und alles andere ist in der Weise nicht mehr wichtig. Nur noch unsere Liebe. Ich liebe dich und du liebst mich. Aus dem sind wir Missionare. Aus dem sind wir Ehegatten. Aus dem sind wir Firmeninhaber. Aus dem sind wir Arbeiter. Aus dem gelingt unser Alltag. Aus dem leben die Gatten. Aus dem. Nämlich du musst durch die Brautschaft leben zu deinem Jesus. Als Mann, aber auch als Frau. Wie wird dann diese Partnerschaft gelingen? Vergesst das nicht. Ihr müsst immer diese Brautschaft, diese innigste Liebe meiner Seele zum Bräutigam leben. Da wirst du auch eine richtige Brautschaft hier unten, eine sichtbare Brautschaft mit einem Braut, mit einem Ehegatten leben können. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Genauso das Gleiche mit der Perle. Denn der ganze Glaube ist wie eine Perle. Oh, da haben wir unsere Perle gefunden. Und du suchst so lange, bis du die schönste hast. Wir sind einfach so. Wir wollen das Beste. Und gib dich nicht mit etwas Minderwertiges ab, sondern such so lange, bis du die schönste Perle hast. Wir haben viele schöne Perlen in dieser Welt, was wir alles haben können und so weiter und so fort. Aber die schönste zu besitzen ist das Entscheidende. Und wenn du sie mal siehst, die schönste Perle, wow, dann verkaufst du wieder alles voll Freude. Das ist das, was hier im Evangelium steht. Voll Freude verkaufst du alles, um diese Perle zu besitzen. Und das nimmt Jesus wieder als Gleichnis, ihr Jungen auch, die ihr da seid, und ihr Älteren, und ihr Väter und Mütter. Wieder das. Das ist die Perle. Besitze sie. Finde sie. Suche sie. Bis du sie hast. Und wenn du sie gefunden hast, dann kommt die wahre Freude. Jetzt habe ich sie und jetzt darf ich sie besitzen. Und das nimmt Gott wieder als Gleichnis. Gib dich nicht mit dem Minderwertigen ab, was Motte und Frost zerfrisst, sondern geh hinein und suche das, was bleibend ist. Was ewig ist. Und nur eines zu besitzen, das Himmelreich, die Perle, Gott zu besitzen, dass er sich dir schenkt in diesem Reich, wo er in uns hineingeht. Das ist das Eigentliche. Da sind wir auch Fremdkörper in dieser Welt, weil die Welt, die versteht nicht, was von Gott kommt. Sie versteht das Reich Gottes nicht. Sie ist ein bleibendes Reich, ein geistiges Reich, das in uns kommt, dass wir jemanden kennen, dass wir unseren Ursprung kennen, von dem wir kommen. Und dieser Ursprung, er liebt uns unendlich. Das ist die Perle. Und wenn du sie gefunden hast, dann ist es die Freude. Und du verkaufst alles, um diese Perle zu besitzen. Merkt ihr? Da verkaufst du alles. Mit Freude. Das ist auch jetzt genau die Zeit in der Fastenzeit, wo wir das richtig tun dürfen. Auch bei dem, also diese Perle, die schönste aller Perlen, das ist Gott. Schaut ihr mal, wie schön, dass er schon alles erschaffen hat, Himmel und Erde, den ganzen Kosmos, den Mikrokosmos, die Schönheit in den Meeren, die Schönheit in der ganzen Vegetation, die Schönheit der Tierwelt, die Freude, die er hineingelegt hat. Wie wird er sein, wenn wir ihn dann so schauen dürfen? Wenn wir diese Perle haben dürfen und immer anschauen dürfen, in der ganzen Schönheit, wie er ist, der Schöne, der ganz Schöne von allen, der Schönste aller Menschen. Wenn wir ihn anschauen dürfen. Da ist das nichts. Versteht ihr? Wir haben mal so in der Schweiz passiert, dann vor einem Tabernakel, wo es mir so schlecht gegangen ist, auf einmal dachte sich wahrscheinlich Gott, den Kerl muss ich jetzt mal ein bisschen in seiner Tätigkeit aufmöbeln. Und auf einmal kommt eine Musik und ich höre die Engel singen. Wie ein Vorhang weg und auf einmal Weihrauchduft von der besten Marke und dann ging es los mit dem Lobpreis. Aber ich sage mal, sie sind ein bisschen besser wie ihr, aber er kommt auch schon ganz schön nah dran. Aber ich sage es euch, harmonieren, harmonieren, dass es gerade zu spät ist. und ich dachte, was ist jetzt los? Ja, und noch zwei Sekunden war es weg. Und er sagt, ja, warum bleibt jetzt das nicht? Lieber Gott, warum bleibt das nicht? Ich will es haben. Wie Petrus, lass uns drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Moose und eine für Lia. Ja, schon wieder weg. Und ein Duft. Das ist die Perle. Verliere sie nicht. Und manchmal gibt er uns solche kleine Zückerchen, so eine kleine Vorwartschaften, so etwas, wo er dir einen Vorschuss gibt, dass du ja nicht im Kreuz liegen bleibst, sondern immer weiter gehst und ihn suchst. Diese Perle. Diese wunderbare Perle. Diese einzigartige Perle. Die Schönheit. Wisst ihr, was ist das hier unten, dieses Tränental? Gegen das, was uns erwartet. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört. In keines Menschenherzen ist es gedrungen, was der Herr denen bereitet, die ihn lieben. In der Schönheit. Der Freude. Oh, wie groß ist das, wenn man ein klein bisschen, so zwei Sekunden, das mal erleben darf. Mein, da wirst du hineingezogen. Da geht es richtig los. Da gehen wir hin. Das ist das Ende. Nicht das Kreuz. Nicht die Krankheit. Nicht der Tod. Nein, der Tod ist nur ein Durchgang. Durch das hindurch, was dich erwartet. Das ist die Perle. Oh, wie wünsche ich, dass meine Brüder und Schwestern da draußen, ich ragge ab, ich fahre mir die Reifen ab, als Missionar, 40.000 im Jahre fahre ich und gehe überall hin, um dieses zu verkünden, damit die Menschen diese Perle finden. Ich habe jetzt gerade wieder ein Evangelischer gehabt, einmalig umgekehrt. Oder durch einen Vortrag vom YouTube-Kanal, stelle ich mir vor, eine, ich glaube, sie ist auch evangelisch, hat gesagt, ja, dann hat sie das gemacht, was ich gesagt habe, und dann hat sie in dem die Heilung erfahren, zu Hause im Kunde beim Vortrag, hat sie die Heilung erfahren, hat das geschrieben. Also, ich denke mir, wunderbar, es geschieht. Gott tut etwas. Aber wie sehr zieht der Materialismus? Wir spüren jetzt in der Kriegsnot, und, oh je, wie schnell alles zerrinnen kann. Wisst ihr, wenn wir Gott haben, haben wir immer noch alles. Und wenn es da draußen Katzen hagelt, sagt man doch im Bad schon, oder? Wenn es Katzen hagelt, wir haben immer noch Gott. Wir haben diese Perle gefunden und er holt uns ab. Und wenn du dein eigenes Leben verlieren würdest, du hättest sie, weil du den Glauben in dir hast und hast sie gefunden, diese Perle. Das ist die Freude. Das ist meine Freude. Genauso, wenn du die Talente hast, mit denen solltest du arbeiten, wo immer wieder gesagt wird, komm in die Freude, meines Herrn, wenn du mit dem gearbeitet hast, was du bekommen hast. Wenn du dann rausgegangen bist und er dich berührt hat, dann arbeite mit dem. Wirklich, vergrab es nicht. Vergrab es nicht. Wucher mit dem, was du alles bekommen hast und geh weiter. Mach aus den Talenten, die du hast, noch mehr. Und der Herr gibt sie dazu. Immer nur um eines hinaus zu bringen, dieses Reich Gottes, diese wunderbare Perle, damit sich alle erfreuen können, weil wir haben wirklich als Christen die wahre Freude, nicht die anderen. Es ist eine Freude, die ihr vorbeihascht. Was haben sie am Schluss? Nichts. Ja, geht es jetzt ins Grab und dann ist nichts. Gehen wir in den Nihilismus? In ein Nichts. Oder beginnt es? Wir sind eigentlich unterwegs, dass das Schönste noch kommt und dass am Ende, auch wenn wir gepräglich sind, jetzt meine Eltern zu Hause, der Papa 91, gebrechlich, aber wie nah ist er dran, dass es hinüber geht und dann wird seine Seele hüpfen und jubeln und jauchzen, dass er Gott gedient hat in dieser Welt. Das ist die Freude. Auch wenn es zwickt und zwackt, bei mir fängt es auch schon an mit 57, versteht ihr? Ich bin schon dreimal operiert in den Hüften, habe einen Impfschaden gehabt in meiner Kindheit, das sind alles Nachwirkungen, auch die Lunge ist nicht gut, aber ich freue mich am Herrn. Ich freue mich am Herrn. Ich freue mich über die Perle, auch wenn es mir schlecht geht. Weil ich habe die Freude gefunden. Ich habe die Freude gefunden, Gott. Und ich arbeite gerne und ich tue meine Talente, die ich bekommen habe und ich habe vielleicht nicht so viel bekommen. Manchmal denke ich mir, da ist ja nichts mehr zu holen und gerade mich hat er noch geholt. Am Anfang haben wir die Knie gezittert, wo ich eine Lesung vorgetragen habe im Kloster und habe ich gesagt, lieber Gott, das wird was werden. Jetzt soll ich das Evangelium verkünden. Jetzt wackelt mir schon das ganze Gestell. Seht ihr? Aber der Herr gibt die Sicherheit. Der öffnet den Mund. Der macht, gibt dir die Freude, der gibt dir die Sicherheit zu verkünden. Weil du ihn erfahren hast, es kommt gar nicht auf dich an. Arbeite mit den Talenten, die du bekommen hast. Mach sie nicht weg. Geh sofort voller Freude hin und arbeite. Und sie bringen sie zurück. Herr, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Und zu den zwei, noch zwei dazu gewonnen. Ja, komm, komm, du guter und treuer Knecht. Im Kleinen warst du treu. Ich werde dich über große setzen. Komm, nimm teil an der Freude des Herrn. An der Freude des Herrn. Und der andere ist trüb und verkräbt sie. Ist ja ein strenger Gott da oben. Also weißt du, ich habe keine Beziehung zu ihm. Ich vergrab alles. Und mein bestes Talent auch noch. Ihn. Hier vergräbst du ihn. Die Beziehung zu ihm. Ich will den Schatz und die Perlen nicht finden. Die wird vergraben. Die Liebe. Die wird danach am Ende weggenommen dem, der nur eines hat. Weil dort wirst du hinkommen, an den Ort, wenn wir nicht arbeiten für Gott. Wir sind doch da, um ihn zu verherrlichen, ihn zu lieben. Ich tue jetzt gerade schon drei Wochen einen Kurs vorbereiten über den Lobpreis. Meine Lieben, vom Alten Testament und Neuen Testament, alle Stellen zusammengetragen. zusammengetragen. Also enorm. Wirklich tief. Aber das ist doch so, wir sind da, um Gott zu verherrlichen. Ja? So wie die Kinder rufen nach der Mama, gell? Gell? Der Pfarrer redet laut, gell? Hat's Durst, gell? Hat's Durst, seht ihr? Eine Freude. Nicht so. Das dürfen wir nicht tun. Vergraben, das Düstere. Schaut mal an. Die Bilder. Oh, das dunkle Gesicht. Ich kenne diesen Gott nicht. Der ist unberechenbar. Der ist streng. Dem kann ich nicht trauen. Über den Weg. Es wird alles vergraben, deine ganze Beziehung. Ich lebe hier, in dieser Welt. Das ist mein Gott. Mein Geist. Der Geist dieser Welt empfange ich. Aber nicht den Geist Gottes. Sie vergraben die ganze Beziehung. Was ist da Düsteres in diesem Menschen? Und dann kommen sie zurück. Herr, hier hast du dein Talent. Hier hast du dein Talent. Ich weiß, dass du ein strenger Mann bist. Du hebst ab, wo du nicht gesät und so weiter und so fort. Erkennst. Was? Sagt Gott. Hättest du es nur auf die Bank getan? Hätte ich noch Zinsen gehabt? Wisst ihr, was hat der in der Zwischenzeit gemacht, meine Liebe? Wie hat der gelebt? Habt ihr euch mal gefragt, wie hat der gelebt? Der hat nur für sich gelebt. Der hat die Beziehung zu seinem Herrn zu seinem Herrn vergraben und dann wird ihm noch weggenommen, was er hat, Gott zu lieben. Er wird dann an einen Ort kommen, wo er nie mehr, er wird mit den Zähnenknirschen, versteht er, hinausgeworfen, in die äußerste Finsternis, wo Heulen und Zähneknirschen ist, wo er nicht mehr lieben kann. Es wird ihm die Möglichkeit, die Fähigkeit weggenommen, weil er nicht lieben wollte, weil er Gott nicht lieben wollte und dann auch nicht in rechter Weise den Nächsten. Wird ihm weggenommen, dieses eine Talent, das hat jeder bekommen. Jeder hat das Talent, Liebe, Liebe, bis es wehtut. Liebe Gott aus deinem ganzen Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Vergrab es ja nicht, vergrab es nicht. Das ist furchtbar, das ist so düster, versteht ihr? Aber wie lebt er? Oh je, alles Mögliche, auf Reisen gehen, leben und schaffen nur für mich, aber nicht für Gott. Und ich bin froh, meine Lieben, wenn ich viel Arbeit habe, dass ich arbeiten kann für Gott. Seid froh in den Familien, wenn ihr glauben kann, ihr Jugendlichen, seid froh, dass ihr Gott habt, lebt aber auch, zieht euch nicht zurück, geht hinein, ihr habt was der Welt zu bieten. Und zwar diesen Glauben, dieses Licht in eurem Herzen, das haben sie nicht. Gebt aber Acht, dass ihr euch nicht niederprügeln und werft die Perle, weil die Perle, die ihr im Herzen habt, eures Glaubens nicht verlißt, Säue. Versuch nicht, jeden zu bekehren, warte ab, lass dich dorthin führen, wo Gott, das musste ich lernen auch, wo Gott es vorbereitet. Und da kannst du das Licht hinauslassen aus dir und der andere nimmt es entgegen. Wenn er dich nicht will, wenn er Gott nicht will, dann zertritt er dich. Und der Herr will dich schützen. Da kannst du so eine Enttäuschung bekommen, ja lieber Gott, also ich habe mir das jetzt anders vorgeschätzt, bin ich total kaputt, ich liebe dich ja über alles, die haben mich jetzt so fertig gemacht, jetzt verliere ich noch den Klang. Da will dich Gott schützen. Deswegen sagt er, wirf die Perle nicht vor die Säue. Denn sie drehen sich um und zertreten dich. Weil der Herr weiß, wie schwach das wir sind, dass du ja nicht die Freude verlierst, nie die Freude verlieren. Er schützt uns. Wie schön, versteht ihr? Auch, wenn du diesen Schatz da unten findest, ja nicht vergraben, sondern immer genau so, ist es mehr Freude, mehr Freude, meine Lieben, mehr Freude an einem Schaf, das umkehrt und das du findest, wie über 99 Schafe, die der Umkehr nicht bedürfen. Es ist mehr Freude im Himmel. wenn auch eins abgeht. Manchmal sind wir bockig und wir wollen nicht. Der Herr geht uns nach. Das ist auch unsere Freude. Und such dieses eine Schaf. Such dieses eine Schaf. wenn es auch weiß, wo immer meint, irgendwo anders eine bessere Weide zu finden. Bei der Esoterik und da und da. Die Kirche ist jetzt so langweilig. Immer das Gleiche in der Heiligen Messe. Ja, wir kommen ja gar nicht dagegen an. Versteht ihr? Das, was in den Filmen. Hättest du tausenden Filmen. Da ist so ein Action, da ist so ein Leben, da ist was da. Aber da hast du ein schlechtes Gewissen. Da hast du so etwas Tiefes drin. Da ziehen sie sich die Filme rein. Habt ihr schon mal eine Freude verspürt? Da musst du wieder einen Film haben und den nächsten Film und alles rascht. Nur von einem zum anderen. Immer noch schlimmer, immer noch brutaler, immer noch mehr Action. Aber es ist eine virtuelle Welt. Ich habe das nicht gefunden da. Man hat es ja auch mal angeschaut. Ich habe es gefunden, wenn ich bei Gott bin. Wenn er mir nachgegangen ist und hat mich gesucht als verlorenes Schaf und hat mich so lang gesucht und es genommen auf die Schulter voller Liebe und hat es zurückgetragen. Zurückgetragen. Und es ist mehr Freude im Himmel. Stellt euch das mal vor. Jubel im Himmel, Lobpreis, Freude wie über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Ist das nicht großartig? Ist das nicht einzigartig? So eine Schönheit, wenn Gott uns diese Gnade schenkt, dass er uns nachgeht und dieses eine Schaf holt. Er kann mal die Gläubigen bei sich lassen, oder? Die weiden sich selbst, die haben ja noch sich. Und da kann der Hirte mal weggehen und sagen, diesem einen Verlorenen nachgehen, bis er es findet. Und er nimmt das auf die Schulter und trägt es rein. Und dann bricht der Jubel im Himmel los. Die Freude. Jetzt Umkehr, versteht ihr? Umkehrzeit. Daher geht jetzt jedem einzelnen Schaf da draußen nach, bis er es findet. Und so weit, so weit geht das, meine Lieben. Er zweifelt an der Barmherzigkeit Gottes nicht. Er geht jedem nach. Er geht dem schlimmsten Sünder, verfolgt er bis zuletzt mit seiner unendlichen Barmherzigkeit, so sagt Faustina. Das tröstet mich, Herr. Wenn ich auch nicht mehr hinkomme und ich bekomme die Mütze voll von Ihnen und Sie sagen, hör mir auf mit diesem. Er sagt, Herr, du wirst sie verfolgen mit deiner unendlichen Barmherzigkeit, bis du sie hast. Und dafür bete ich. Ich lasse sie nicht los. Ich will sie jeden Tag dir bringen. Auch die verlorenen Schafe. In jeder Heiligen Messe habe ich alle dabei. Alle da draußen. Ich bete für jeden. Ich vergesse niemanden. Für die armen Seelen und für jeden da draußen. Aber manchmal die ganz Bösen, die tun mir richtig weh. Wenn die dann noch auf der Schulter sind, aber der Herr sagt, ja, auch die, das sind mir die Liebsten. Bring mir sie in die Messe. Bring mir sie. Ich liebe es, wenn du für jeden ein gutes Wort hast. Für den schlimmsten Feind, der dich verwundert hat. Für den Kaktus, der um die Ecke biegt. Den, den du überhaupt nicht abkannst. Der dir voll quer im Magen liegt. Genau den. Wenn du da ein gutes Wort hast und sag, Herr, und den schleppe ich in die Heilige Messe und in meinem Gebet und im Rosengranzgebet zu dir. Das liebt Gott. So wie er es liebt. Die Schafe nach Hause zu bringen. Und dann ist mehr Freude im Himmel wie über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Seht ihr? Und der Herr, das jetzt dann schon der Schluss, die Heidrun schaut schon, dass ich so langsam hinkommen muss. Aber wenn du mir schon aufgibst, über die Freude zu reden, wie könnte ich aufhören? Versteht ihr? Mit der Freude. Versteht ihr? Eigentlich müsste ich so Lettare machen zu einem Vortrag, aber du hast mir es gegeben und ich glaube, es war gut, dass du es gegeben hast. Wenn der Herr dich heimträgt. Wenn der Herr dich heimträgt. Und die Schafe weitet. Auf der himmlischen Wiese. Versteht ihr? Auf der himmlischen Wiese. Und das genauso mit der Drachme. Genau so. Versteht ihr? Dann müssen wir, wenn sie gefunden wird, die Drachme, wenn sie noch ganz wenig Wert hat. Ich muss sie finden. Ich muss meinen Gott finden. Und wenn ich sie gefunden habe, dann müssen wir ein Fest feiern. Freude. Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Denn er ist gekommen, das Verlorene zu suchen, um es zu finden. Das ist es. Das ist die Freude. Versteht ihr? Die nie aufhört. Die in meinem Herzen ist. Und die wird nie enden. Weil wir einen Gott der Freude haben. Wir haben wahrhaft einen Gott, über den wir uns freuen dürfen. Denn diese Freude an ihm, das ist unsere Kraft. Amen. Amen.